Da baut der Tutorial-Stelllage alles wieder ab. In der neuen Version kann man hier sein Zeug zurückholen. Leve nach Tutorial-Bonus ist ein bisschen verwirrend. Ok. Warum? So, dann brauche ich hier mal Eicher, dann nehmen wir hier auch Eicher. Eigentlich nur den Zaun. Dafür brauchen wir erstmal nicht. Und die Vertreter. Ich kaufe nichts. Und die Endermans. Endermans mit anzu Slenderman. Ganz klar. So. Jetzt kommt hier noch irgendwo. Das ist nicht irre. So. So. Und die kleine Räume noch hin. So. 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 . So. 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 Nachts sind die Monster natürlich aktiv, da gibt es auch einen Command, den ich mal nutzen und nutzen könnte, mit dem ich es mal wieder Tag machen kann, wir sind jetzt hier im Kreativ Modus, deswegen lukt das relativ wenig, ok, ok, die Trendwand wird jetzt eher hier hin, ich lasse die Trendwand dort mal stehen, vielleicht kann man sie auch dort gebrauchen, oh, Enderman ins Gesicht geguckt, das wäre natürlich jetzt, wenn wir im Überlebensmodus wären, wäre das Trausch, mit direkten Ankauf.